Musik 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 Im März seit 2015 bin ich mit unserem Vorstand, sind wir hierher gefahren und haben uns das Hotel angeschaut und hatten eigentlich das Ziel, ein anderes Objekt in unserem Portfolio aufzunehmen. Aber als wir dann hier angekommen sind und ich hier das erste Mal reingelaufen bin, wusste ich einfach, dass ich hier irgendwo zu Hause bin. Wir haben hier in Intragen 150 Zimmer, dort leute normale Zimmer, sechs Fliegen, wir haben 15 Konferenzmäume, bis zu 240 Personen. Und dann kriegen wir hierunter ein Restaurant, zwei Wintergärten, haben eine Bar, eine Reihenhalle und eine Multifunktionshalle, wo man unter anderem Tennis spielen kann, Badminton, Tischtennis, Fußball, Basketball und ich glaube so einiges, was sich Sportler herzt. Ich bin sehr begeistert und bin sehr glücklich, dass so ein toller Umbau stattgefunden hat, nachdem ich diesen Zustand vorher gesehen habe. Ich bin sehr begeistert und mega glücklich, dass so ein Bußenschläge ist. Also, ich bin sehr begeistert und sicherlich.